Escape from Tarkov war der Beginn einer Reise für mich. Eine Reise, die sehr, sehr aufregend begonnen hat und immer aufregender wird, aber gleichzeitig auch absolut herausfordernd ist. Als absoluter COD-Suchti, der auch der Meinung ist, dass er ein sehr, sehr guter Spieler ist, ist Tarkov einfach eine ganz andere Welt. Es ist taktischer, es ist schwieriger, Fehler werden nicht verziehen. Ich bin vom Controller auf Maus und Tastatur gewechselt und gerade der Anfang, wenn alles auf der Karte gegen einen ist, wenn man Items nicht versteht, wenn man Waffen nicht versteht, wenn man Aufsätze nicht versteht und Heilungsmöglichkeiten, Essen und Trinken, Wetter, Tageszeit, Gegner, Karten, ist es ein unfassbares, undankbares Spiel. Aber ich habe gesagt, ich habe Lust, dieses Abenteuer zu starten, ich habe Lust, mich auf den Weg zu begeben, um zu probieren und zu gucken, um mich selbst auch herauszufordern, um weg aus meiner Wohlfühloase zu kommen. Call of Duty kann man jedes Jahr, egal wie viel Info man hat und wie viel Background, jeder kann Call of Duty spielen. Es ist ein hirnloses Game und das mögen wir eigentlich. Tarkov ist alles, was Call of Duty nicht ist. Es ist schwieriger, es verzeiht keinen einzigen Fehler. Ihr spielt gegen KIs, ihr spielt gegen richtige Spieler, ihr spielt gegen Spieler mit tausenden Stunden Erfahrung. Und gerade wenn ihr jemand wie ich seid, der immer mit Controller gespielt hat, ist Maus und Tastatur plötzlich ein ganz anderes Level. Und die Reise hat so viele Enttäuschungen dabei gehabt. So viele Momente, in denen ich kurz davor war, aufzugeben. Denn kein Spiel, was ich jemals gesehen habe, schafft es so wie Tarkov, eure Glücksgefühle und die traurigen und ernüchternden Momente so nah beieinander zu haben. Ein Fehler, ein Schuss in den Kopf und ihr sterbt. Jemand, der mit der Maus besser aimt, ihr sterbt. Jemand, der bessere Munition hat, ihr sterbt. Ihr geht in eine falsche Richtung, ihr sterbt. Ihr kennt euch auf der Karte nicht aus, ihr kommt nicht raus, ihr sterbt. Andere Spieler wissen, wo ihr spawnt, weil sie die Karten kennen und die Spawns kennen. Ihr sterbt. Und dann habt ihr diese Momente, wo ihr Skeps tötet, wo ihr Spieler tötet, wo ihr auf neuen Karten Gunfights geht, wo es intensiv wird, wo ihr plötzlich zwei, drei, vier Gegner habt. Und dann habt ihr all das Loot und ihr habt es geschafft. Oder ihr glaubt, ihr habt es geschafft. Ihr habt es immer erst geschafft, wenn ihr auch exfiltriert seid. Und dann werdet ihr ganz kurz vorm Ende noch niedergemäht. Von irgendeinem, der irgendwo saß. Von dem Skeft, den ich gehört habe. Von dem Spieler, der in einem Busch saß. Von dem Spieler, der einfach besser ausgerüstet war. Oder einfach einen glücklichen Schuss getroffen hat. Egal, was ihr in Tarkov tut. Ihr werdet nicht verhindern, dass ihr sterbt. Aber mit der Zeit, mit der zweiten Woche, mit der dritten Woche und jetzt mit der vierten Woche stellt man fest, wenn man wirklich die Motivation hat, sich durchzubeißen, dass das Game unfassbar viel bieten kann. Der Adrenalinrausch in Gunfights. Der Adrenalinrausch, wenn ihr tolles Loot findet. Wenn ihr mit gutem Gier in die Runde reingeht. Wenn ihr in Gunfight seid. Wenn ihr wisst, es blutet jetzt irgendwie mein Arm und mein Bein ist abgestorben. Ich muss im Gunfight bleiben. Es sind zwei Gegner oder drei Gegner. Wo rotieren sie hin? Wo ist mein Teammate? Wer ist mein Teammate? Das macht Tarkov aus. In Tarkov gibt es keine Garantie, dass ihr gewinnt. Es gibt keine Garantie, dass ihr erfolgreich aus einer Runde exfiltrieren könnt. Alles, was passieren kann, wird passieren. Und das Murphy-Gesetz ist auch in Tarkov einfach allgegenwärtig. Ihr könnt gegen super schlechte Spieler Lucky Headshot bekommen und sterbt. Ihr könnt richtig gute Spieler Lucky besiegen. Ihr könnt mit der Munition den Thorax-Bereich zerschmettern und könnt sie zu Boden legen. Ihr könnt eine Granate abbekommen. Ihr könnt in Gunfights verwickelt werden, wo mehrere Spieler sind und outplayed werden. Ihr könnt Spieler outplayen. Ihr könnt mit einem Schalldämpfer spielen. Ihr könnt ohne Schalldämpfer spielen. Ihr könnt euch gutes Gear auswählen. Ihr könnt eine Entscheidung von 100 treffen, die nicht perfekt ist und ihr werdet sterben. Aber all diese Sachen machen dieses Game so wunderbar fasziniert, spannend. All diese Dinge, wo man das Gefühl hat, jetzt habe ich wieder was verstanden, nur um drei Sekunden später doch zu sterben. Und ihr geht wieder auf den Stand vorher zurück. Und dann gibt es die Momente, wo ihr all das, was ihr in den letzten Tagen und Wochen gelernt habt, auch wirklich umsetzen könnt. Ihr geht in den Gunfight, ihr gewinnt den ersten, ihr sprayt aus der Hüfte, ihr holt den zweiten, ihr merkt, dass das Aim mit der Maus besser wird. Ihr merkt, dass ihr das Game einfach besser versteht. Dass ihr versteht, was das Game von euch eigentlich will. Was die Entwickler eigentlich von euch wollen. Und ihr merkt in der Sekunde, dass das, was ihr die letzten 13 Jahre mit Call of Duty gemacht habt, eigentlich bedeutungslos ist, weil es einfach ist. Jeder kann Call of Duty spielen. Jeder spielt Call of Duty. Aber nur die, die bereit sind, auch in einem Game wirklich Enttäuschung zu spüren. Im Austausch mit diesen unfassbaren Adrenalin-Momenten. Nur die Leute werden in Tarkov bleiben und wirklich Spaß an dem Game haben. Jemand, der das Game nur sieht, ohne es zu spielen, wird es niemals nachempfinden können, wie extrem euer Herz zerreißt und euer Blutdruck hochgeht in einem Spiel. Und ihr vergesst in einem Raid, dass ihr in einem Spiel seid. Ihr vergesst es einfach. Ihr fokussiert euch auf das Game, auf alles, was passieren kann, auf alles, was passieren wird. Ihr seid kurz davor, aus der Runde rauszugehen. Ihr seid ganz speziell auf euren Exfiltrationspunkt konzentriert. Und dann werdet ihr in letzter Sekunde aus einem Fenster auf einer Karte, die ihr kennt, geholt, weil ihr an eine Sache nicht gedacht habt. Und ihr werdet von Teammates beschossen, ihr werdet dicke Leute weghauen, dicke Leute im Sinne von richtig fett gegiert und Meta-Waffen und Meta-Rüstung und alles. Und all diese Momente, wo es gut läuft, wechseln sich mit den Momenten, wo es schlecht läuft ab. Und es gibt Tage, da läuft alles schlecht. Und dann gibt es diesen einen einzigen Moment, dieser eine einzige Gunfight, dieser eine einzige Looting-Point, an dem ihr dieses Hoch wieder habt. Und es ist wie eine Droge. Es ist viel mehr als Call of Duty. Ob ihr 100 Kills in einer Runde macht oder nicht, ist völlig bedeutungslos. Es juckt auch keinen mehr, es interessiert keinen mehr. Wenn ich 150 Kills auf Shipment mache, denke ich mir, es ist mir eigentlich mittlerweile egal. Und dieses Game, Escape from Tarkov, hat mir auf eine ganz neue Art und Weise gezeigt, dass es andere Games auf der Welt gibt, die sich absolut lohnen, sie auszuprobieren. Und wo es sich lohnt, alles, was man sich bisher aufgebaut hat, für zu opfern und sich voll und ganz diesem einen Game zu widmen. Und genau das tue ich mittlerweile. Und ich kann ganz ehrlich sagen, egal wie viele Fails ich hier habe, wie oft ich veraime, wie oft ich falsche Entscheidungen treffe, wie ich auf einer Karte etwas nicht sehe oder nicht verstehe, wie ich eine falsche Entscheidung treffe, die mich tötet oder unser Teammate oder unser ganzes Team. Egal, was ihr in Tarkov tut, solange ihr die Motivation habt, aus euren eigenen Fehlern zu lernen und aus den Fehlern, die ihr die ganze Zeit macht, werdet ihr besser. Die High-Momente werden immer mehr, werden immer intensiver. Und genauso fühlen sich aber auch die Negativ-Momente immer krasser an, immer erschlagener. Manchmal fühlt sich Tarkov an, als hättest du drei Tage einen Hammer auf den Kopf bekommen und manchmal fühlt es sich an, als hättest du gerade im Lotto gewonnen. Und manchmal sind diese Momente innerhalb von drei Sekunden voneinander entfernt. Ein absolut krasses Game und ich hoffe, dass diese Reise weiterhin so spannend weitergeht und ich danke euch fürs Zuhören.